hallo und herzlich willkommen zur mba folge nummer 9 heute die los angeles clippers meine position gegen oklahoma thunder das spielt der chris hallo ja dann würde ich sagen schnubbeln wir mal los hier wenn es denn genehm ist ja sicher so leider leider rafft dieses fix spiel nicht die statistiken also deine krieg immer angezeigt ja jetzt eine seffelosha und natürlich jamie fox oh gott chris paul blick griffin und damit schon mal damit schon mal dass du mit westbrook du und die bakka schon ein bisschen mehr auf das stimmt start habe ich war leck so nachdem ich jetzt letztes spiel verloren habe muss ich jetzt gewinnen ja auf jeden fall ist man sich fünf spiele vorher verloren haben blick griffin der kann direkt mal einen höher lassen lässt direkt mal den machst du denn jetzt was kommt denn jetzt ob hier irgendwie dafür muss der tutorial machen die namenscheiße hier unten ob hier irgendwie die der namen ob das hier irgendwie ob man das hier einblenden kann hatten wir nicht schon mal geguckt sind zu dem schluss gekommen dass online nicht geht solltet ihr wissen wie es funktioniert bitte bitte in die kommentare solltet ihr schon in die kommentare geschrieben haben bitte noch mal in die kommentare die kommentare sind jetzt wieder so behindert ja es gibt jetzt filter also so ein filter versuch zumindest versuch ist glaube ich das passende wort also was youtube da wieder rum bastelt es werden leider auch halbwegs seriöse kommentare ausgelendet ach ja sicher der erste ging daneben ich hab doch ich bin extra weg gesprungen man da könnte ich schon da genau jawohl geile nun hat schnitt ja das so dann habe ich ja auch noch eine chance das war b gut verteidigt da steht er doch easy aber bei ne mit so nem scheiß wollen wir gar nicht anfangen das ist jetzt genug gedreht ach ja komm das war ne pirouettchen so komm her da kommt der leid meiner 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 der war sie bei ihm jawoll fuck alter ist der schnell oh und im aus der schubst mich doch ins aus naja ja und direkt von doris ey da kriege ich ja auch schon so viel ach doris hat ihren festen platz da ich mag doris jetzt geht schon wieder die an die patche da riecht er sich nur auf wofür das denn ja er will einen faul haben ja ich wollte schon sagen also das war ja immer eindeutig dass du da jetzt derzeit dran warst mein freund nein kann den beiden da nicht durchstecken darf ich nicht ja wir können sich einfach durch drei spieler durchwerfen ja aber da ist platz für für den behind the back pass und was weiß ich nicht alles da trafst dieses spiel nicht ich glaube dafür musst du irgendwie richtig also eine combo drücken ja so war Simbo beeindruckt warum wer jetzt verkacken würde glaube ich nicht wüsste deine verteidiger sind ja keine ahnung hohenfreudig eben kämpfer ha 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 jawohl ja sehr schön kannst du da direkt den gegen dreier versuchen sehr schön sehr schön und wir gehen jetzt vor dem controller durch die tür in den fernseher wo du mal zu werben was schaumstoff auf der tür das ist egal ha 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 mit mach 5 interessiert das den controller nicht ich habe da glaube ich hoffe es soll nicht sag denn denn mein thema ist die verteidigung momentan da kriege ich zu viel scheiße rein so was heißt denn hier so kann man mir mal geben finde ich was den stil ne bitte nicht ja nein kann der werfen das ist der center der kann nicht werfen ja ich weiß aber man könnte doch mal probieren zumindest das war viel zu einfach das war viel zu einfach the fast break komm schon nein ne alter der sollte doch niemals zu dem sehr schön zwei punkte zumindest einen habe ich ausgetänzelt boah meine fresse da war die tona war wieder weit offen trainer nimmt hat gelassen nein da war der blacke am ball ui der kleine man gewohle er hat halt so einen spruch aufgeführt ganz alleine sehr schön unter vorn oder bach ey nice ach sehr schön so fischer jetzt machst du das ding auch noch rein bitte bitte ja war ja wir haben ja nur auf drei punkte wieder herangespielt oh das war viel zu früh mach den vorn oder rein da guck mal der hat fast keine haut mehr sind alles nur tattoo das bringt ja voll was das bringt ja voll was ganz trocken ganz trocken da wirft der Drecksack einfach ich hab gedacht du spielst nochmal ab ja genau oh sehr schön bisschen drüber ich hab nicht mitbekommen irgendwie muss ich dir ablenken was hat denn hier für ein abwurfpunkt vom arsch das war b minus zu früh oder zu spät äh weiß ich nicht mehr warte jetzt b plus warte lass die doch nicht so da durchrennen oh den hättest du nochmal wegpatschen können ohne spaß vor ab 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 nein falsche richtung da ist er Nick Griffin Nick Griffin kriegst den Arsch nicht hoch er brauchst du aber auch 3 Stunden bis der mal oben ist Boah, ist das geil! Ist das geil! Ja, Junge! Yes! Da muss ich zugeben, das hatte viel Schönes. Das nicht. Sehr schön. Ah, nice. Never! Nein! Oh, da kullert der Mann. Kann man aber auch mal hier noch ein Foul geben, ne? Er war, glaube ich, ein Fatschähnchen dran. No! Oh, nein! Der hat hier ein bisschen gestört. Ja, das glaube ich. Der hat schon so reingeguckt. Cool, hat er wieder da draußen. Leg me on the arse. Jeremy Lamp, 6 Punkte. Lämmchen, glaube ich, dann. So, er ist broke. Er macht manchmal auch zu viel Kiro retten, muss ich sagen. Sehr schön. Gut verzögert. Ah, krieg ich Chris Paul zum Blocken. Das muss nicht sein, oder? Ich darfst du, du willst direkt schon reinstopfen. Kann den Krieger heute nicht einschätzen. Ja, der hat mich verarscht. Pfff! Ja, sicher. Mal ein Exempelstatuieren hier. Das Gesicht, ey. Dafür gehört er nach Hause geschickt. Ja. Deiner eben übrigens auch. Quatsch, der daftet. Ist klar. Zwei Punkte. Weiß nicht, ich hab jetzt nicht gesehen. Guck mal, wie die sich feiern! Die haben das überhaupt nicht gerafft, irgendwie. Nach dem Motto, ey, es wird nur Aussage genommen. Deine voll am Trauernden. Meine, yes, haben wir geil gespielt, Juno. Wir haben gerade einen schönen Korb reingekriegt. Ja, gegen Oklahoma darf man sich halt auch mal freuen, wenn man nicht so krass zurückliegt. Äh. Was war das denn? Zu easy. So, 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 das machen wir nicht. Fuck. Ach. Das ist in meiner Falle nicht. Da kommen nur die Mail-Ads. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö warum sprichst du denn nicht früher dritten beibekommen scheiße jahre wundervoll das ist ok das war eine moderate verteidigung aber der kris der macht mir das leben auch schwer schöner pass Prozent am besten wir sind durch die Tüte die Zolle Fußspiel Junge was soll hat sie kein Fußball in der Gäste Nein! Alter, wie kannst du den Ball nicht fangen? Hässlich. Hässlich. Führung! Hässlich. Kriegt der Blake Griffin und dann so ein Quatsch. Endlich hat doch mal geklappt mit dem Abspielen. Oh ne Spaß, dem kannst du doch überhaupt nicht den Ball abnehmen. Das ist ja echt der... Soll ich mich öfter beschweren? Ohohoho! Nein! Oh sehr. Wohl, schön hier! Klatschiwatti! Scheiße, ich will mal klatschen. Jetzt haben wir Ball. Schön! Ah ja. So, wieder sehr knapp. Im Gegensatz zum letzten Spiel. Dude! Den Serien kannst du auch Tote wecken. Ach komm ey! Der Ball ist durch die Hand geflogen. Ja sicher. Das muss aber her, wollte ich sagen. Werden wir wohl im Ballbesitz. der Ball ist durch die Hand. Nein. Oh, den hätte ich doch mal reinsetzen können. Easy day up, easy day up! 3-4-game, 3-4-game. Der kann kein Reiter. Ich weiß. Nein! Doch nicht da! Ohne Spaß, da habe ich doch nicht hingedrückt. Was soll das denn? Mann, muss ich jetzt wirklich jeden Pass wieder mit R1 machen? Ich treffe nix mehr. Ach, nö! Laque Griffon! Gute Defense. Gute. Da, guck mal, der ist ein Nook-Jupon. Er soll auch von der aus dem R1 zu fuchten. Guck mal, wie er steht. Ach, komm! Nice. Sehr schön. Drei Punkte noch. Okay. Und die Patsche dazwischen, das war gut. Aus! Jawohl! Warum hat er mich... Ich konnte nix mehr, ich konnte aber beim Passner! Ich werde ja nix dafür, wenn er beim Drohlen fast hinfällt. Oh. Alter, ist der schnell! Leck mich doch am Arsch! Ich wollte ja eigentlich gegen das Brett passen. Ich wusste nur nicht mehr, wie es geht. Aber die Kombos anders als wir mussten. Jawohl! Sehr gut. Da kannst du auch mal deine Hand zuschneiden! Das ist der erste Foul des Spiels. Ja! Foul! Aber nachvollziehbar. Boah, ist das frech Jawoll Ist das frech Ich hab's überlegt, soll ich nicht faulen, soll ich nicht faulen oder nicht Boah, ich hab schon wieder schwitzige Hände, ey Leg mich fett Okay, du machst noch einen rein, dann muss ich noch einen rein machen Schau mal, der Block Und nochmal Jawoll Ende, gewonnen So muss das Zweites Spiel in Folge Ach, ich bin entzückt Aber war ein spannendes Spiel, muss man einfach mal so sagen Besser als das letzte Der Krieger ist tot umgefallen Ach nee, doch nicht Was ein Spasti Ja, Westbrook, bester Mann Bester Mann Ich weiß gar nicht mehr, wer der am Ende noch geblockt hat und was weiß ich nicht alle Die Backe hat zwei geblockt Ja, das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen bei mir Ich hab einfach nur noch springen gedrückt Ja, Freunde Eine miserable Niederlage Zum Glück war das nicht so ein One-Hit-Wonder letztes Mal Ja, wird's halt ein Two-Hit-Wonder Und ja, wen wir nächste Woche spielen, schauen wir mal Ja, diese Woche Sonntag meinst du? Ja genau, diese Woche Sonntag Ja, müssen wir mal gucken, wir überlegen uns da was Schönes Ihr könnt ja auch mal so eure Lieblingsmannschaften reinschreiben, die ihr gerne sehen wollt oder so Schreibt's mal rein Ja Celtics haben ganz viele Thunder Miami Ja, an dieser Stelle gut Schuss und Dankeschön, dich grüß Sind die Miami-Fans eigentlich die Bayern-Fans des Basketballs? Nee, das sind die Chicago-Fans Achso Okay Alles klar Tschüss 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 Vielen Dank.